Vorbereitung. Boah, ich würde euch beide gerade voll gerne so richtig krass umrennen mit so einem Suit aus so Football, wisst ihr, so. Mach so. Wie? Mach einfach. Renn mich um. Hä? War übel schwach. Ja, soll ich dich jetzt da in die Pfanne rein? Also du schaffst. Ja, natürlich schaffe ich das. Ja, mein Riesmann wäre schwer. Okay, ich renne volle Karle rein. Okay. Boah, die Wand, Junge. Nee, das ist nicht so krass, ich mach auch. Die Wand. Soll ich in dich reinrennen? Ja, ja, ja. Achso, wait. Ich renne komplett. Ja, mach. Mach so Kopfschütze irgendwas. Dominik, fang sie mal auf, wenn sie... Oh hä? Als ob du nur Hulk bist. Ja, okay, ich stehe hier im Notfall. Okay. Ey, falls Toni jetzt stirbt, ist es nicht meine Schuld. Sag das kurz einmal. Es ist alles okay, Kevin will mich töten. Ja, war schon krass. Ja. Okay, Kevin, stell du dich hin. Okay, jetzt ich, warte. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, sorry. Bro, fucking Rabenbock. Ich glaube, da hätte jemand stehen müssen und ihn fangen müssen. Fucking Rabenbock, Alter. Irgendwann ist seine Mikrowelle, geht's geil, Mann. Alles gut. Holy shit. Das werden wir mit dem Bär machen, wenn er kommt. Wenn der Bär kommt, check ich ihn einfach weg. Was sagt, was ich wusste, du söz possibility? Willkommen bei mir etwaswachen. So, bei dir wie geht's Wie geht's? Wirahan. Wie geht's?